Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zum Life is Hard Simulator. Ein Simulator ist ja nicht wirklich ein Strategiesimulator, doch könnte man eigentlich schon so sagen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt Skelette kommen. Deswegen, warte mal, der steht ja da. Ich nehme ihn mal, weil wenn er da steht, dann verteidigt er ja. Und wenn hier jetzt Skelette kommen, dann muss ich die da schnell hinschicken. Ich hätte gerne zwei von den Typen. Ich habe Angst. Guck mal, hier wächst ein neuer Baum. Ah, die wachsen nach. Okay, okay, dann brauche ich die ja gar nicht immer selber pflanzen. Er wartet da immer noch. Kannst ja lange warten. Wo ist denn unser Arbeiter? Ja, hier die arme Sau, ne? Okay. Mach mal Nachschub. Wird denn jetzt Brot gebacken? Wir müssen mal darauf achten. Wir haben jetzt sechs. Erstmal muss ja Mehl gemacht werden, ne? Wie sieht es aus? Hier ist noch alles ruhig. Da drüben. Ist auch noch alles ruhig. Was, was? Achso. Das bist du hier, ne? Mann. Jagt mir nicht so einen Schock ein. Mehl, Lord, Lord Amassadour will beheiratet soon. What? Today we lost, äh, what? Huge part of our... What? Oh. Was ist denn jetzt? Er ist krank. Er ist krank. Er ist Fieber oder sowas? Sir, it's me again. Der Regen ist sehr laut. Alter. It's me again. I forgot to tell you about Diplomacy. Ich kann jetzt nicht über Diplomatie reden. Hier. For example, I'm rolling off the kingdom east completely. I'm going north. Ich bin gut. Ja. Ja, wir können denen aggressiv gegenüber treten oder, äh, konfliktlösend. Wahrscheinlich, indem wir die bestechen oder sowas. Äh, blablabla. Oh, from which can make best equipment. Was hat er denn? Muss ich jetzt irgendwas machen? Oh, der arme. Warte mal. Ich muss immer noch Skeletten Ausschau halten. Hier kommen keine. Und hier drüben? Steht er noch. Okay. Wie, wie machen wir ihn denn jetzt wieder heile? Mit göttlicher Kraft. Alter, der Donner, ne? Healing Hand. Ah. Ey, ich hab dich Healing Hand gemacht. Er ist immer noch krank. Scheiße. Ähm, 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 ähm. Dann brauchen wir irgendwas gegen Krankheit. Aber was? Aber was? Aber was? Aber was? Geh mal hier raus. Genau da. Build. Können wir denn jetzt ein Hospital? Was ist denn das hier? Da haben wir einen Schmied. Kaserne oder sowas. Barakeries. Capital. Shower. Äh. Upgrade Town Hall to Unlocked. Wie kriege ich denn den wieder gesund? Tja, muss er aussitzen? Kann ich den nicht irgendwie hier so ins Bett schicken? Oh, und wir werden angegriffen, oder wie? Ah! Ah! Skelette! Nein! Sie greifen die Town Hall an. King and Change. Mann, hör auf mit sowas. Stone. From now. Ich hab hier andere Probleme. Nein, nein. Okay. Die leben noch, die leben noch. Mach ihn down. Mach ihn down. Epischer Kampf. Oh, bei Gewitter. Wow, wie episch. Super, Leute. Toll. Der einzigste, der nicht kämpft, ist hier unser Krieger. Ja, du bist ein Held. Ach, Menno. Mach dich mal wieder gesund. Droh dich mal aus. Der braucht eine Dusche, kann das sein? Ich glaub, ich muss mal sowas in der Art bauen. Ähm. Build. Hier war doch so ein Schauer. Bars Haus. Komm, hier für die stinkenden Leute. Hä? Was haben sie denn jetzt? Hier, ey. Keule, geh mal da rein. Geht er? Geht er? Nö. Der will weiterarbeiten. Ach, dann arbeite doch weiter. Das ist mir doch Latte. Was? Haben wir keiner? Doch. Da wächst schon der nächste Baum. Wie krieg ich denn, äh, mehr Leute dazu? Ich hätte gern mehr Leute. Muss ich da mehr Häuser bauen? Der ist immer noch krank. Die sind alle krank. Was haben wir? Nein, wir haben die Pest. Wir haben die Pest bei uns oder sowas. Was? Ich drück einfach mal rauf. Hört mal auf, krank zu sein. Was tont hier denn hier auch bei dem Wetter rum? Hast du das eingesammelt jetzt? Okay. Hier, du kannst jetzt deine Ressourcen haben. Hier, Gift-Ressource und verpiss dich. Wie andere Probleme gerade. Bread wird auch nicht mehr. Warum kriege ich kein Bread dazu? Ich habe doch hier sowas alles, oder? Fire the Worker. Nee, will ich nicht feuern. Ich will, dass der hier produziert. Also wenn der hier nicht bald was kommt, dann feiere ich den doch. Alter, nein. Some of the people are ill. You're alone food. What? Nord Ambrose is coming. Nein, Invasion oder was? Scheiße, Leute. Das läuft nicht gut. Hier, mach mal da. Ich habe neue Einwohner, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ich habe wahrscheinlich viel zu lange gebraucht für alles. Oh, dieses Gewitter. Was macht hier? Holz haben wir momentan keins. Was können wir denn als nächstes bauen? Irgendwas, dass sie gesund wären. Da brauchen wir Kupfer für. Haben wir erstmal nicht. Vielleicht noch eine Farm. Ich meine, Seeds haben wir ja. Ich weiß nicht, warum der hier nicht... Achso, hat er, ja. Können wir daneben noch eine Farm bauen? Achso, wir brauchen 15 Holz dafür. Okay. Oder hier, erstmal so ein... So ein Ding hier, ne? Allow you to train soldiers here. Dann können wir uns, äh, ein paar Leute... Was ist das? Dummy? Iron Spikes. Okay, aber da brauchen wir... Sachen für. Vielleicht gehen wir doch erstmal hier auf den hier. Für... für... Verteidigung. Oh Mann, der Arme. Tut mir voll leid. Aber, naja. Ich lass die weiterarbeiten. Zwei Leute haben wir die Arbeiten, ne? Oder? Arbeitet der da auch? Ich klicke mal auf den Baum gerade. Okidoki. Okay, haben wir drei Leute, die arbeiten. Acht Holz haben wir. Wie viel brauchen wir? Zehn. Dann bringen wir her hier das gute Holz. Zumindest, dass wir ein bisschen Armee hier mal stehen haben. Da läuft sie. Bei Regen. An den Wildschweinen vorbei. Keine Angst. Wenn es blitzt, geht die Kamera nach oben. Warum? Oh, guck mal, schönes Bild. Mit den Hoppelhäschen. So, da hat noch... Dann können wir jetzt... Äh, 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 da. Kommt auf die Seite. Geh mal weg da. Hier gleich an die Stadthalle. Zack. Okay. Train the soldier. Yeah. Ah, nein, aber dann haben wir keine Arbeiter mehr, ne? Wer ist denn er hier? Aua, Jarl. Warte, unser Jarl hat nicht eine Tribut from all the traditional? Nein, es gibt kein Tribut. So, give me eight woods and six stone. Habe ich nicht mal. Here it is, don't kill us. Taste our arrows. Koste unsere Pfeile. Ach, du Scheiße. Ja, müssen wir ja machen. Or die. Ach, herrje. Tja. Wir haben Krieg, Leute. Ich habe keine Acht, äh, Holz. Oh, oh. Prepare to die. Aber wenn du nicht ankommst zu Hause, dann kannst du auch nicht berichten, was hier passiert ist. Greif den an. Nein, wir können ihn nicht angreifen. Mach den platt. Mach den platt. Scheiße, geht nicht. Ach, was ist denn das hier? Mega. Oh, die machen Liebe. Dann kommt ein neues Kind. Mit dem Kranken. Äh. Na, Glückwunsch. Vielleicht wird er dadurch wieder gesund. Man sagt ja, durch Liebe. Liebe heilt alles. Oder der Geschlechtsakt ist einer der besten Methoden, um wieder gesund zu werden. Das so stimmt, weiß ich gar nicht. Train a soldier. Oder haben wir den soldier denn jetzt? Ist hier jemand drin oder kommt da jemand raus? Jetzt bist du schon... Jetzt bist du schon... Ach, guck mal da. Wir haben ein Kind. Die haben ein Kind bekommen. Einen kleinen Adolf. Guck mal, der sieht aus wie ein kleiner Adolf. Ach, hei. Ob ich den hier bei mir haben will? Da donnert's auch gleich schon. Kein gutes Zeichen. Und der hat doch da einen Bart, oder? Was ist das? Oder ist das eine... Warze! Warze! Kennt ihr das von Austin Powers? Warze! Äh, Mann, ey. Äh, hier, mach mal... Achso. Ja, hier. Pflanz mal an. Da können wir uns entscheiden, ob Pumpkin angebaut werden soll. Oder nicht. Wir müssen noch eine zweite Farm machen, auf jeden Fall. Und ich hab Angst, dass hier schon wieder Leute kommen. Wo ist denn unser zweites Soldier? Ich bin total überfordert. Nein! Komm her! Keule! Mach dich auf den Weg! Enemies incoming! Nein, nein, nein. Du zieh dich mal zurück. Die darf da jetzt nicht alleine hin, sonst verreckt die uns. Warte. Es sei denn, du bist jetzt eine Soldierin. Die ist jetzt eine Soldierin. Na, dann geh mal doch da hin. Nein! Guck mal, die läuft auch schneller. Oh, oh. Ja, heilende Hand. Ah! Leute, ich seh nicht, wer von euch hier Heilung braucht. Ist alles gut? Alles gut? Trading, ja, geht jetzt nicht. Mann, dass das immer kommt, wenn ich hier gerade am Kämpfen bin. Ja! Sieg! Sieg! Was ist denn das hier überhaupt? Ja, geht mal alle duschen. Vor allem du hier. Nicht, dass der hier uns irgendwie die Pest noch weiter verbreitet. Brad, er hat nur... Ach, die kann ich auch noch. Ach! Muss mir doch mal jemand sagen. Äh. 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 Vier? Grind. Ah, okay, okay, okay. Und jetzt kannst du hier doch auch, ne? Jetzt haben wir vier. Und dann können wir zwei Brot backen. Können wir nicht alles machen? Nee, wir brauchen ja ein bisschen, ne? Zum, zum Neupflanzen. Die Ladonna ist so nervig! Was hab ich denn jetzt da gepflanzt? Jetzt hab ich irgendwas anderes gepflanzt. Ich hätt mal bei Korn bleiben sollen. Ist das Kaffee oder was? Klein Adolf macht schon mit. Nein, warte mal. Nein, hör auf. Hör auf. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Wie kann ich denn das abbrechen? Ach, scheiße, ich wollte das abbrechen. Ich brauch doch... ...was ganz anderes. Komm, hier, hol mal bitte. Total überfordert. Okidoki. Auf jeden Fall Holz brauchen wir. Hier können wir schon mal ein Tor hinbauen wieder. Das machen wir mal eben. Wo ist denn hier er hier? Nee. Der ist immer noch krank. Mein Geist ist deinem Servus. Komm, den stellen wir mal da ab. Jetzt haben wir wieder vier Brot. Können wir da noch ein bisschen mehr machen? Äh, machen wir mal so. Dann haben wir noch vier Stück. 20 Sekunden dauert das. Dann kann der Bäcker danach mal wieder ein bisschen was machen. Du bist hier, ja? Okay. Defense Mode. Aggressive Mode. Holding Group. Ah, okay. Und da können wir dann später hier noch Sachen ausrüsten. Cool. Jetzt kann ich die auch steuern. Ich hätte ja gerne ein paar Bogenschützen. Wir brauchen Holz. Nein. Bleib mal da. Wir brauchen Holz und wir brauchen Einwohner. Ähm, sehe ich denn irgendwo meine Einwohner? Ach da, vier von vier, ne? Numbers have you set? Ich glaube, ich brauche noch ein Haus. Ich glaube, wir müssen noch ein Haus bauen, damit sich neue Leute ansiedeln, ne? Kann das sein? Sag doch mal. Sag doch mal. Morwalk. Ja, ja. Das wächst aber schnell hier alles. Muss mal ganz schön hinterher sein. Das hier, Herb pflanze ich gerade an, ne? Grow on a farm. Craft Drugs. Was? Ich will keine Drugs. Okay. Ich bin jetzt Drogendealer geworden scheinbar. Mann, der ist immer noch Fieber. Äh, nein, jetzt habe ich den gefeuert. Habe ich den gefeuert? Scheiße. Und irgendwo wird gekloppt. Wo kloppen sie sich? Ach, hey. Nein, die haben da jemanden getötet. Ach, ihr Pisser. Hier greift die mal an. Warum macht der nix? Ist der bescheuert? Nein. Oh doch, er hat ihn. Er hat ihn. Komm, den kriegst du auch down. Nein. Jetzt macht er was. Äh, nichts nutzt hier, Alter. Seid ihr meines? Ach, wiederbleibt. Ja. Den können wir nicht. Fünf Punkte brauche ich dafür. Okay, dann lassen wir den da erstmal liegen. Du bist voll nixnützig. Er hat gar nichts gemacht. Er steht einfach nur da. Was für ein Noob. Okay, den habe ich. Fireworker? Nee, den habe ich nicht gefeuert. Bread. Bake. Okay, und hier einmal wegmachen. Und dann muss ich hier wieder das Richtige anpflanzen. Ich will keine Herbs. I don't like Herbs. Und kann das mal aufhören zu gewittern, bitte? Bitte? Komm, wir klicken mal hier nochmal rauf, dass sie sich mal alle waschen gehen. Was machst du hier? Ach, du bist ja hier die... Alles klar. Oh, wer kommt denn da? Wer ist denn er hier? Was? Trade. Ein Trader. Rob ist das Trader? Nein. Äh, ich... Nee, ich habe nichts zum Traden. Ich kann jetzt auch keine Monster... Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich muss erst mal mit dem Spiel klarkommen, bevor ich hier irgendwie mit Handeln anfange. So, und jetzt hier... Wie war denn das? Nein. Was mache ich denn da? Bleib mal da stehen. Ah, so viele Bildschirme übereinander. Okay, er macht das jetzt weg hier. Dann können wir dann wieder Neues anpflanzen. Ich denke mal, ich muss unbedingt noch eine zweite Farm bauen. Oh, der ist ja fast down. Aber die Magic Power brauche ich jetzt erstmal, um den hier wieder zu beleben. Äh, Automatis... Nein, jetzt habe ich das schon wieder gedrückt. Hör auf! Abbrechen! Abbrechen! Wie kann ich denn seine Aktion abbrechen? Mann, ich pflanze hier lauter Drogen an. So ein Scheiß. Oh, endlich! Hat das Gewitter aufgehört. Ja, äh, gibt's die nächsten Drogen. Können wir denn jetzt ein Haus bauen? Zehn brauchen wir dafür. Dann geht mal Holz fällen, Leute. Und du, pass mal hier ein bisschen besser auf dir auf, ey. Ich muss die mal ein bisschen mehr verteilen, ne? Oh, da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Ah! Wo ist denn der hier? Der kommt dann wieder zu spät. Obwohl, ich lasse den ja nochmal stehen. Das schafft die schon alleine. Zur Not heilen wir sie. Die haben ja nichts drauf, ne? Komm, ich gehe schon mal auf die Heil in der Hand. Ich sehe ihre Anzeige nicht. Oh, die ist gleich down. Nein! Mann! Was ist das down? Ich wollte sie gerade heilen. Was für ein Scheiß. Das ist voll schwer, das Spiel. Der ist ja auch gleich down. Und du machst ja wieder nix. Bewegt dich mal schneller. Bis der da ist. Das wird doch nix, bis der da ist, oder? Wo ist denn der? Da hinten, ey. Komm. Nein! Die sind gleich an der Town Hall. Jetzt geht sie hier, ne? Mit null Energie. Da ist noch... Ach nee, der ist down. Mann, ey. Meine Bauern sind hilfreicher als meine, äh, Verteidiger. Der hat doch hier noch nix gerissen. Du bleibst jetzt hier so lange stehen, bis du tot bist. Das ist mir egal. On my way. More walk. More walk. Mann, ich pflanze die ganze Zeit Drogen, Mann. Geht mal Bäume fällen. Geht mal Bäume fällen. Hier sind keine Bäume mehr. Hier waren noch Bäume. More walk. Ach je, ach je. Na gut, ihr Lieben. Mit der Chaos-Runde. Naja, es dauert halt noch ne Weile, bis ich das irgendwie alles gecheckt hab, was ich überhaupt machen muss. Würde ich sagen, beende ich die Folge erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Life is Hard. Und das ist es. Das ist es wirklich. Alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.